Und ich sage hallo und ein ganz ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part, The Walking Dead. Nachdem wir letztes Mal den Zaun reparieren wollten... Ja, nachdem wir letztes Mal den Zaun von den Zombies befreit haben, sind wir ja von diesen Banditen angegriffen worden. Und Mark wurde an der Schulter verletzt, der hat einen Pfeil abgekriegt. Wir haben es gerade mit Ach und Krach noch geschafft. Der Rest unserer Gruppe ist jetzt auch hier, bis auf Carly und Ben, die Bewachen des Motel. Und jetzt wollen wir das Lager der Banditen suchen gehen. Ja, wir müssen zusammenarbeiten. Diese Banditen sind ein Gefahr für alle. Lass uns das machen. Ich bleibe hier und behalte den Pferd. Erinnern, wir machen jetzt nur noch eine Rechnung. Es ist kein Problem, dass wir uns selbst getötet werden. Ach, Clementine, du bleibst besser hier. Ja, ich werde bald wieder, Clementine. Bitte, sei Glück. Ich werde. Ähm, weil das geht ja nicht, dass die hier die ganze Gruppe bedrohen. Und deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg und suchen. Ich weiß, dass es hier oben ist. Es muss sich näher sein. Ich weiß, dass es hier oben ist. Es muss sich näher sein. Hier. Okay, ist niemand zu sehen. Schleiche in das Lager. Oh, eine Schleichpassage. Oh Gott. Sieht leer aus. Ach, es然後 queries. Oh Gott Gott. Oh, das stimmt nicht impairment. Oh Gott Gott. Gott sei Dank nicht. Okay. Ja, dann, ähm, ich würde hier ja eigentlich alles stehen und liegen lassen. Aber gut, dann schaue ich mich mal um. Suppe. Äh, Buchstabensuppe habe ich als Kind auch total gerne gegessen. War auch die Lieblingssuppe von meinem Bruder. Also von einem meiner Brüder. Wir waren ja mehrere Kinder zu Hause. Okay. Oh gut, alles leer. Na, was gibt's denn hier sonst noch so? Da ist nichts weiter. Den Gartenstuhl, naja gut, aber... Dann schauen wir mal das Zelt an. Oh, okay. Ja, die werden ja nicht auch noch Kinder dabei haben, oder? Ach, du liebes bisschen. Okay. Einen Warenkoop. Wir gucken uns den Einkaufswagen mal an. Looks like they were moving a lot of stuff. So, was haben wir hier denn noch? Ähm, die Kisten. Ähm, okay. Ja, okay, dann gucken wir hier mal rein. St. Jones Diary. Was ist das denn? Ein Milchkarton. Ach, das ist der... Ja, das haben die geklaut. Oh, was ist das denn? Ein Diktiergerät, oder was ist das? Eine Kamera? Ah, was ist das jetzt eingestreckt? Oh, gut. Ja, das denke ich doch auch mal. Okay, dann, ähm... Gibt's sonst noch irgendwas zum angucken? Ja, hier ist noch ein Kessel. Den haben wir noch nicht angeschaut. Gartenstuhl, die Flaschen habe ich... Ach so, ein Benzinkanister wäre hier noch. Nothing but Fuse. Shit. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir echt alles angeguckt hier in dem Lager. Hier scheint nichts weiter großartig zu sein. Dann können wir eigentlich auch gucken, ob wir die woanders finden. Hallo? Können wir weitergehen? Ha. Jetzt gucke ich dann nochmal ins Zelt. Ja. Jetzt kann ich da auch rein, wenn er da nicht mehr vorsteht. Alles klar. So, was gibt's hier denn? Den Schlafsack mal anschauen. Oh, Gott. Ah. Don't fucking believe it. Oh. Okay. Ja, du bist du. Ja, du bist du. Es ist ein halb, berühmt dich mal! Oh Gott. Woher hast du Clementals Hut? Was? Die hatten bestimmt ein Kind oder so. Oh Scheiße ey. Oh Gott. Komm und leg die Ambust weg, Mensch. Put down the crossbow. No sir, I need it. I need it to kill you fuckers. Go on. Tell him boy. Tell him what you got in mind for- Ah! Ey. Fuck. Ey, du hast die Frau da umgebracht. Ich dachte, das ist so beschwert. Oh Gott ey. Ich bin. Ich bin. Es ist ein guter Schuss, doch. Right through the forehead. Das ist ein guter Schuss, da. Still. What a waste. So, that's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. And it ain't a good idea to go tromping through the woods looking for them. So yeah, we head back. Once they see this, they'll get the message. Ey. Come on. Oh Gott ey. Also für mich hörte sich ja das eher so an, ne? Als ob die Frau irgendwie vergewaltigt worden ist oder ihr Kind gestohlen, gebissen, gestorben. Also die war psychisch auf alle Fälle nicht ganz auf der Höhe. Ich hätte sie nur nicht erschossen, glaube ich. Aber okay. Okay. Gott, oh Gott ey. So, wenn wir jetzt mal gucken. Ja, das glaub ich. Ja, das glaub ich. Ja, das glaub ich. Was haben die beiden denn da schon wieder her im Himmel? Ah, gar nicht hinhören. Die können nicht anders. Ja, das außerdem. Ich glaube, dass wir noch einmal so weit gehen. Und Lee, nicht über diese Bandage peigen. Ich glaube, wir schauen uns das Zuhause. Ja, du gehst zu weit. Er. Und dein Freund, Koch, wiederum. Sie und die Kinder sind in der Höhle mit der Köhl. Das Frau ist eine Schlechter. Ja, dann würde ich... Ach, da ist Clementine. Ja. Dann würde ich sagen, geben wir Clementine im nächsten Part auch ihre Mütze wieder. Da freut sie sich bestimmt sehr. Ich danke wie immer sehr fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.